Ja, ich stehe hier und schieße, kommen sie von nah und fern und wollen mit mir schießen, sie schießen ja so gern. Hi Leute, willkommen bei der Gewinnspielauslosung zu Elven Assassin. Ja, heute wird hier festgelegt, wer bei der PvP-Aufnahme mit Zitronenarzt und mir dabei ist. Es sind zwei Leute. Ich freue mich echt auf dieses Projekt. War echt eine gute Idee vom Zitronenarzt, das hier zu machen und ich bin echt gespannt. Und leider haben nur sechs Leute mitgemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt. So schlecht ist das Spiel jetzt nicht, finde ich. Dieser PvP-Modus, der ist echt genial. Vielleicht hat aber auch nicht jeder Bock, diese Bedingungen zu erfüllen, dass man die Aufnahme halt mitmachen muss. Kann natürlich auch sein, nicht jeder möchte da jetzt auch, auch wenn es nur sprachlich ist, mit in der Aufnahme sein. Mich würde mal interessieren, warum nicht jeder da mitgemacht hat. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, würde mich echt interessieren, woran es jetzt im Endeffekt gelegen hat. Ja, wir haben zwei Gewinner. Nach dem Gewinnspiel werde ich die Leute auch anschreiben. Dann mal ausloten, wann da so die besten Zeiten sind, diese Aufnahme zu machen. Wir haben ja das Problem, dass wir wirklich alle vier Leute dann Zeit haben müssen. Und da müssen wir uns ein bisschen absprechen. Vielleicht kann man da auch so eine kleine Discord-Gruppe dann eröffnen für die Gewinner, um mal zu gucken, wer da am besten Zeit hat. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Die zwei Gewinner müssen ja irgendwann mal gezogen werden. Wir wollen das Ganze ja auch nicht in die Länge ziehen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Zwei Gewinner, sechs potenzielle Gewinner könnten gelost werden. Ja, ich würde sagen, legen wir los. Viel Glück, Leute. So, wir haben jetzt zwei Gewinner. Einmal der Sebastian Thiele und einmal der Jörg Mieles. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ich werde euch anschreiben und dann schauen wir mal, wann wir dieses Gameplay dann aufnehmen. Ja, ich bedanke mich an allen Leuten, die mitgemacht haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.